Welche zwei Spielerinnen suchen wir hier? Ja, natürlich. Sarah Dorsul und... Shanti? Ah! Merle! Wo siehst du denn da Merle? Ja, nicht an den Haaren. Aber wer hat denn diese Augenbrauen ganz kurz? Sie sind ja auf dem Flieg. Krass! Krass! Drei Fahrpunkte! Ein, zwei, drei, Laura Freigand! Als ob ich heute erst mein Name gesagt habe. Eins, zwei, drei, Julia Griss! Lina, oder? Ja, ich spür bei mir mal so ... Lina, oder? Lina, oder, oder? Lina! Hau! Ja! Musik Musik Und jetzt auf deinen Kopf. Das nervt. Musik Musik Was ist, wenn ich das eine Minute schaffe? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020